Aber wenigstens komme ich vom Geld her langsam immer mehr diesem Topf näher. Dann hätte ich nämlich für all meine Sorten jeweils einen Topf und könnte die immer wieder nachsäen. Gut, ich könnte auch einfach die abschneiden und dann da wieder eine Hindukusch rein. Aber ich weiß gerade nicht, was ich damit anfangen soll. Und das würde mein Lager zum Müllen. Ich habe ja schon 30 davon. Wäre schön, wenn das hier mal irgendwo kommen würde oder so. Das wäre wirklich gut. Das Ding kann ich ja noch lange nicht bauen, ne? Genau. Dann kann ich also nach der Bäckerei guten Gewissens das Lager upgraden. Also den Schuppen. In der Hoffnung, dass das dann noch nicht weg ist. Ja. Worauf warte ich gerade? Ich warte auf Butter und auf Skunk. Genau. Die Butter ist gleich fertig. Hm. Ich glaube, für Kekse brauche ich Butter. Also mache ich schon mal Butter. Ich mache Butter, Butter, Butter überall. Ich meine, kann nicht schaden. Dann kriege ich vielleicht noch so eine Tasche. Ach, guck mal hier. Das habe ich die ganze Zeit da oben gehabt und nicht realisiert, weil das so gräulich war. Drehen wir das mal um. Vielleicht habe ich da auch Glück. Meine Güte. 1.500. Aha. Also eventuell. Dann muss ich natürlich auch auf dem Posten bleiben, ne? Wenn ich dann nochmal wegrutsche, da gibt es keine Diamanten mehr. Aber es wäre natürlich geil. So. Wobei, jetzt machen wir mal eine Hindukusch da rein. Die brauche ich ja auch. Wobei, nein, brauche ich nicht. Ach, egal. Bam. Bam. Hier brauche ich Kekse für. Weg. Okay. Jetzt habe ich schon zwei Sachen, die ich nicht aufheben kann. Und Nägel brauche ich aber, glaube ich. Ja. Für die Ölfabrik. Gut, aber da die jetzt gerade erst gekommen sind, werden die wohl noch so lange da sein. Bis ich das, bis ich das, bis ich das, den Schuppen upgraden kann. Das wird schon. So, jetzt haben wir hier das nächste Mal Butter. Bevor ich das weggebe. Direkt nochmal Butter. Bitte. Butter, bitte. So. Bam. Jetzt brauche ich eine Chemdog. Steht hier. Bam. Jetzt bräuchte ich Mehl. Das ist jetzt gerade schlecht, kann ich aber im nächsten Anlauf machen. Und bis dahin sind die hier frei. So, ganz langsam wird das hier was. Ganz langsam. Wobei bald kann ich die anderen Aufträge auch machen, auch wenn es da Zeug gibt, weil das ist ja bald fertig. Genau, ich hatte eine Hindukusch gepflanzt, die ist hierfür. Und dann brauche ich bestimmt nochmal locker. Nochmal locker zwei weitere Chemdogs. Chemdogs. Ja, okay. Das wird schon. Irgendwann. Hoffe ich zumindest. Okay. Was habe ich eigentlich zuerst repariert? Bänke oder... Ne, Schlaglöcher habe ich gar nicht repariert. Bänke oder Mülltonnen? Ja, das ist gut. Ja, das war's für heute. Immer mal ein bisschen die Sorten verbessern. Dann kann das Lager auch so schnell gar nicht mehr so voll werden. Mehl, okay. Ich bin gespannt, was hierbei rumkommt. Bitte irgendwas Tolles. Irgendwas, was ich entweder habe oder schnell machen kann. Ah. Das sieht gut aus. Das nehme ich auch direkt so. Gut, das leuchtet noch nicht. Dann dürfte das hinhauen. Das dürfte passen. So, Butter. Butter. Die Butter mache ich für Kekse, glaube ich. Ja. Weil hier ist keine Butter. Verdammt. Der Empire Cup findet gerade statt. Leider können wir noch nicht teilnehmen. Ja, ist auch gerade nicht unbedingt. Das ist jetzt gerade wirklich mein kleinstes Ziel. Und geht auch gar nicht, weil ich noch nicht genug epische Hanfblüten habe. Und die hebe ich natürlich schön auf. Eher für so einen Empire Cup als für meine Sortenverbesserungen. Und dann geht es weiter. Und dann geht es weiter. Und dann geht es weiter. Und dann geht es weiter.